Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Zyklon Staubsaugertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Zyklon Staubsaugertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Turbotronic Staubsauger. Als weitere Wahl für ein zyndrisches Röhrenvakuum auf Basis der innovativen Zyklon Innovation können wir auch ein Design der Marke Turbotronic empfehlen. Dieser Staubsauger garantiert eine sehr starke Sorgleistung, was vor allem am 900 Watt Elektromotor liegt. Das Kabelfernsehen ist insgesamt 5 Meter groß und nutzt daher einen ausreichenden Wirkungsradius, der noch etwas größer sein könnte. Der Schmutzbehälter hat eine Menge von 2,5 Litern leicht für Sie zur Verfügung. Dies kann ebenfalls in wenigen einfachen Schritten mit einer Mülltonne einfach gelöscht werden. Neben dem traditionellen Zubehör, das Sie aus dem leicht angebotenen Zylinderhuber herausholen können, beinhaltet dieses Design auch einen Teleskop stark im Lieferumfang. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Cleanmax Kabellose. Der Hersteller Cleanmax liefert den Verbrauchern ein faszinierendes Gebäude und den Bau eines Vakuums mit zeitgenössischer Zyklon Innovation. Das Cleanmax 09847 Design ist eine 2 in 1 Alternative, die sowohl für einen Zylinder als auch für einen Handhover steht. Wenn man bedenkt, dass dieses Werkzeug mit einer wieder aufladbaren Batterie ausgestattet ist, können Sie extrem einfach und auch flexibel arbeiten, da Sie sich nicht über ein Stromkabel ärgern müssen. Die Leistung ist natürlich minimal im Gegensatz zu einigen anderen Versionen, die verdrahtet sind, was sich zusätzlich auf den Bereich bezieht. Das Volumen des Sammelbehälters ist mit einer Gesamtmenge von 300 Millilitern eher gering. Trotzdem können Sie gut funktionieren und zum Beispiel eine Couch reinigen und sogar an die kleinsten Rände in Ihren Zimmern gehen. Auf Platz 3 haben wir die Popio WP9002F. Als günstigere Wahl im Vergleich zum derzeit vorgestellten Zyklon Container Hoover von Dyson, würden wir Ihnen gerne das Popio Design präsentieren. Sie nutzen einen 800 Watt Elektromutter und auch einen Hyperfilter. Dieses Vakuum, das mit einem E-Verschlauche und einer Reihe von Bürsten oder Düsen an Ihr Haus gesendet wird, hat ebenfalls einen Behälter mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Litern. So können Sie mit diesem Zyklon Hoover ausreichend Schmutz sammeln, ohne den Behälter mehrmals löschen zu müssen. Die integrierten Gesundheitsfilter sorgen für besonders aufgeräumte Abluft. Dadurch wird sichergestellt, dass mehr als 99,9 Prozent des großen Staubes aufgenommen werden. Wie Sie möglicherweise bereits an der Rate sehen können, handelt es sich um ein kabelgebundenes Gadget. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Dyson Vic bei Multiflur. Der Markenname Dyson, der in der ganzen Welt bekannt ist, wird als Schöpfer der modernen Zyklon-Technologie angesehen, die den beutellosen Betrieb von Staubsaugern zunächst ermöglichte. Schon aus diesem Grund darf in diesem großen Kontrast kein Werkzeug dieses Markennamens fehlen. Besonders bevorzugt wird das Zyklon Vakuum Dyson Vic bei Multiflur 2, ein zeitloser Zylinderstaubsauger, der für alle Bodenbeläge bestens geeignet ist. Dyson verbindet große Bedeutung mit einem leistungsstarken Elektromotor und auch speziell praktische Verfahren. Dafür sorgt unter anderem die vom Lieferanten patentierte Kugel-Innovation, durch die das Vakuum flexibel auf dem Bodenbelag befahrt werden kann. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Roventa RU3731 Compact. Zyklon Vakuum wird bevorzugt. Entsprechende Versionen werden ebenfalls von beliebten Markenherstellern wie Roventa angeboten. Ein Gerät, das derzeit zahlreiche positive Bewertungen erhalten hat, ist der Roventa RU3731EA Compact Power Zyklon Container Hover. Dies ist ein modern aus GE-Start-Tätis-Zylinder-Vakuum, das Zyklon moderne Technologie hat und als Ergebnis ohne Tasche betrieben werden kann. Besonders interessant an diesem Staubsauger ist der effektive 750 Watt Motor, der sich einem Vakuum nähert, das bis zu 2000 Watt zu sich nennt. Es handelt sich also um ein viel effizienteres Modell, das heute für die meisten Verbraucher wichtig ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte Mark, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.